so leute und weiter geht's mit den erklärungen und ich habe mir gedacht ich mache das chronologisch wir wissen jetzt wohin wir wollten ich wollte unbedingt zwei zauber auf einen rüstungsgegenstand anwenden das geht genauso nämlich auch auf die waffen wie ihr seht ja absorbiert 22 gesundheitspunkte kann das ziel für fünf sekunden lähmen 43 punkte frost schaden und feuerschaden steckt das ziel im brand das ist für die drachen gedacht und eben das ziel erleidet 28 punkte blitzschaden das ist cool weil die hälfte des blitzschadens auf magiker geht ja und halb so auch für die zauberer ja gedacht ist gedacht ist recht cool die haben auch einen coolen wert weil wir eben alchemie und schmiedekunst und verzaubern extrem cool konnten wir machen da jetzt weiter wie habe ich da begonnen ja wichtig war ja weil wir haben ja jetzt schlussendlich gefunden diese armschienen die die alchemie verbessern die haben wir entzaubert und haben dann versucht rüstungsgegenstände damit auszurüsten ja war nicht viel wir konnten da weil wir beim pferd zaubern noch nicht so gelevelt waren noch nicht viel machen aber habe es gleich einmal getan und dann haben wir eben diese drei oder vier rüstungsgegenstände gehabt und konnten gleich einmal bessere alchemie also tränke machen wo ist denn die alchemie jetzt schnell die ist da und das war eben das schwierigste da haben wir angefangen mit dem kutscher durch die gegend zu reisen und dann jeden händler und alchemisten abzuklappern und zaubertränke zu machen ja wir haben da die zutaten gekauft weil ich wollte nicht in der gegend herumrennen sondern habe damit auch geld verdient ja zwischendurch noch ein wenig gelevelt was war dann noch recht einfach ein hand glaube ich war einfach wir sind da mit den adronachen in die kruft und haben auf die eingehauen so lange es ging dann haben wir sie wieder respawn und so weiter zweihändig einhändig da gibt es ja auch bei den gefährten lehrmeister der stufe glaube ich meister und experte einhändig schießkunst ist die aela glaube ich die habe ich ausgelassen aber dafür gibt es dann noch beim blocken lehrerin schwere rüstung ist glaube ich einer von den zwillingen und schmiedekunsten mussten wir selbst machen das ist aber ganz einfach wir stellen immer nur stahl dolche her ja und dann konnten wir die auch gleich verzaubern gehen da oben in der bei unserem zauberer der hatten arcanen zauberer das haben wir gemacht also eben schmiedekunst der dolche hergestellt und da oben verzaubert und dann wieder beim schmied verkauft und das war recht cool das kam ja recht gut wie gesagt aber alchemie war extrem langwierig und ich zeige euch dann auch ich habe dann ein paar rezepte bekommen die wichtig sind ich nehme da einmal meine ganzen ich nehme mal alles und jetzt schaut einmal auf die traglast 235 haben wir jetzt und jetzt schauen wir noch einmal auf die traglast wir sind da überlastet wir haben da extrem viel schmandsens drauf jetzt zeige ich euch einmal ja was es da an tränken gibt ja die wichtigsten sind glaube ich dann ganz unten nämlich die verzauberung verstärken diese solltet ihr euch einprägen blaue schmetterlingsflügel genau das eben was blau ist ist immer cool die hexenrabenklaue schneebeeren und zweilingssaft ist auch ganz selten und die schneebeeren wie gesagt und die blauen schmetterlingsflügel wie gesagt schneebeeren habe ich schon anklingen lassen extrem wichtig ihr könnt euch das so geistig vorstellen ihr stellt euch den arcanen verzauberer vor da sitzen schmetterling drauf ein blauer und ein hexenraben kommt mit seiner klaue und will wenn das ja quetschen dann kommt der magier mit dem schneebeeren zweig und haut denen das über den rüssel und schlussendlich entsteht aus dem arcanen sauberer ein zweig links ja saft der zerrinnt dann so ja das war meine eselsbrücke und was noch wichtig ist extrem für das was wir vorhaben schmiedekunst verstärken da fehlt glaube ich einer nämlich der schimmelpilz schimmerpilz den gibt es in der wassernähe ganz selten zu kaufen anna da ist er ja zweiglingssaft blasenpilz was haben wir noch ein ja einer fehlt das habe ich jetzt gesehen nämlich säbelzahntiger zähne glaube ich ja also ich habe mir das so gemerkt bei dem schmied stehe ich da und habe einen druck auf der blase und die fangt an zum schimmern und dann erleichter ich mich auf den säbelzahntiger und dann wächst dort halt auch so ein zweiglingsbaum raus der saftel ist vielleicht blöd aber wenn man sich das zweimal vorstellt dann behält man das auch im hinterkopf weil diese zutaten brauchen wir für alles andere auch da gibt es extrem kohle tränke die viel geld bringen 600 kobold schimmel da 688 da gibt es noch bessere wir haben jetzt die rüstung ja nicht ausgerüstet gesundheit verstärken gesundheit regenerieren probieren wir da mal was die sind die kleineren dinge ja aber ihr seht schon auch ohne rüstung coole werte die wir da haben gesundheit verstärken ich glaube das ist nicht so cool doch ja wir sind da schon bei 1000 weizen dazu ja also ihr könnt ihr euch spielen ohne ende wenn ihr da ein wenig zeit investiert ihr könnt auch eure fertigkeiten verstärken wie einhändig zweihändig und zerstörung verstärken und ja ich weiß nicht alles also man kommt da hin und wieder schon von selbst drauf schuppenschwarm 600 900 ja ihr seht was es da alles gibt krankheiten heilen dies brauche ich nicht magiker was gibt es noch redekunst verstärken ist auch richtig cool seht ihr und 15 prozent bessere preise ich lege jetzt kurz einmal an die rüstung zum verstärken der tränke dass wir das auch sehen wir haben da jetzt die bekleidung und wir sind da die rüstung zack 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 und zack ja wir müssten das jetzt alles haben schauen da noch einmal rein und wir waren jetzt bei redekuns verstärken das waren 15 prozent und ja ihr seht ja wir brauchen das normal und jetzt ja 28 20 prozent bessere preise seht ihr das ist schon fast ein doppelter wert wir heben die einmal auf wo nicht dass ich da jetzt was machen auswahl aufheben und zeige euch die schmiedekunst verstärken ja blasenpilz haben wir genug und zwei linkshaft seht ihr das ist ein zauber den wir noch zusätzlich anwenden können also ein zaubertrank wir ziehen jetzt diese rüstung an damit wir die sachen verbessern und dann trinken wir noch diesen trank dazu und dann haben wir sowohl die 28 prozentige verbesserung der rüstung plus die 113 prozent des zaubertranks dazu deswegen kommen wir so auf einen rüstungswert also auf einen rüstungs und auf einen waffenwert ihr habt ihr gesehen die waffen und die rüstungen sind ja extrem hochgelevelt und zaubertrank verzauberung verstärken haben wir jetzt auch einen besseren wert nehmen wir das und das und 28 prozent stärker verzaubert ja das wärs eigentlich dort wollten wir hin ja wir verlassen das zeug und wie gesagt wir schauen auf die karte ich bin da ja zurückgekommen habe das gekauft fährt zaubert entzaubert habe mir gedacht ja irgendwas musst du tun und habe mit dem kutscher dann zuerst einmal das bereist was ich schon kannte da mit schnellreise ging das ja auch schon rief dann da gibt es einen alchemisten nein gemischtwaren händler und schmied ja dann sind wir darauf nach windhelm da gibt es auch ein alchemisten und händler zum schluss erst das habe ich eine zeit lang ausgelassen und da habe ich auch ein pack begonnen also da habe ich ein quest begonnen aber ich werde das ich werde das besser ich werde das ausmerzen ich habe das nämlich gespeichert und damit ihr seht es war nur der anfangs quest der zauberer da oben wir mussten einen zauber vorführen ja und dann ging schon los und dann habe ich das auch wieder gelassen nach dem stein sind wir da gibt es auch ein alchemisten und ja ich glaube auch ein händler da ist immer wieder so ein blöder drache respond dann sind wir nach mortal da ist im mortal selbst gibt es ganz viele giftsachen die wichtig sind da gibt es eben diese wurzeln dann ja alles was mit gibt zu tun hat ist extrem cool hier dann die einsamkeit dort gibt es einen ganzen haufen händler und wie gesagt alchemisten auch immer gekauft tränke hergestellt und dann wieder verkauft bis wir dann endlich einmal so in der nähe waren des levels was wir uns gewünscht haben mark hat waren wir auch das ist eine extrem coole siedlung finde ich da gibt es eine hexe die der alchemist auf alchemist macht und auch ein händler also eine händlerin eigentlich und zum schluss noch da unten glaube ich ja sind wir zu hause nach faltenring das ist auch so ein witziges dorf da weiß nicht gefällt mir nicht da fällt permanent schnee ja so weit so gut das war jetzt die alchemie wir waren dabei bei der alchemie spiel wird automatisch gespeichert ja komm her alchemie ja da haben wir dann das geschafft dass wir diese berg setzen konnten einfach so die bis daher ist es wichtig und ich war dann noch nicht auf 100 ist ja klar ich habe zwischendurch auch bei unserer in weislauf da die war auch lehrerin die kosten dann extrem viel geld wenn man sich unterrichten lässt man kann auch nur fünf punkte während einer stufe sich kaufen aber gekauft gesagt getan dann eben die beschwörung die war ja wichtig an der beschwörung zerstörung wiederherstörung plötzlich verzauberung ja wie wir das gemacht haben habe ich euch gesagt eben in verbindung mit der schmiedekunst wir haben da dolche geschmiedet so viel eben ging und sind dann einfach rauf zum arkaner verzauberer und haben die verzaubert und sind dann wieder zurück und haben eben da wieder beim schmied verkauft was das zeug hielt ja ist auch ein wenig lästig aber ja notwendig gewesen so haben wir das dann geschafft eben schmiedekunst verzauberung und alchemie irgendwann einmal auf 100 zu bringen wie gesagt das ist wichtig und wenn ihr das am anfang gleich wisst wäre es wirklich cool wenn ihr hier gleich einmal die ersten perk selbst weil die händler haben dann schlussendlich immer so wenig geld und ihr habt waffen und rüstungen und zeug das schon viel mehr wert ist und müsste dann öfters zu denen laufen damit überhaupt zu geld kommt aber egal ich habe das ja schon falsch angefangen aber noch die kurve gekriegt und alchemie dann irgendwann einmal auf 100 gehabt und die verzauberung auch dann war eben der letzte schluss dass wir eben so eine rüstung herstellen da geht man dann einfach her zum alchemiepult brauten zaubertrank verzauberung verstärken 28 prozent stärker normalerweise glaube ich ist es bei 32 prozent aber ich weiß nicht warum ich glaube da die schmiedekunst muss ich noch level ich habe keine ahnung dann stellt man dann den zauber dank her dann nimmt man eben eine rüstung die nicht verzaubert ist geht zum arcan und verzauberer und macht eben auf die rüstung diese verzauberung ja waffen und rüstungen wirksamkeit von gebrauten tränken 22 prozent wird das dann verbessert am anfang jetzt 19 prozent sein dann 20 und dann 22 irgendwo ihr müsst dann immer hin und her also mit der neuen rüstung die angezogen habt geht ihr dann wieder zum alchemie labor macht da wieder neuen trank der wieder besser dann geht ihr wieder zum verzauberer braucht wieder vier rüstungsgegenstände trinkt den trank und verzaubert wieder dann habt ihr wieder eine bessere alchemie rüstung und dann geht ihr wieder zurück zum alchemie labor macht noch einen besseren trank bis es nicht mehr geht und bei mir ist es eben bei 22 prozent vorbei gewesen so so das ganze ist sind wir überlastet egal ja ich zeige euch noch nur kurz was da jetzt alles drauf ist auf meinen rüstungen damit ihr das auch noch seht wenn ich es nicht schon mal gezeigt habe aber ich denke das ist wichtig für ein super jar rüsten wir das gleich mal aus wir haben da eben diese zerstörungs rüstung und ein handjahr und dann haben wir noch das schild das brauchen wir zurzeit nicht aber ich ziehe es einmal an weil ihr dann den rüstungswert sehen soll magregg wieder magregg zerstörungsring nehmen wir dann haben wir noch magregg wieder herstellung zerstörung ok schauen wir noch mal nach bei den aktiven effekten zerstörung viermal und magregg muss dreimal sein und dann sind wir schon vor dabei genau das ist die zerstörungs rüstung für die zerstörung zaubern da seht ihr bekleidung wir haben rüstwert 1053 mit dem schild und ohne schild sind wir auf 937 das ist ja schon mal was was noch dazu zu sagen ist wir sind ja bei schwerer rüstung auch noch nicht fertig wir haben da noch ungefähr ja 15 prozent also 14 prozent auf 100 prozent und dann auch noch die perks die zu setzen sind hier fels in der brandung passgenaue garnitur zusätzlicher rüstungsbonus 25 prozent ja und dann da oben 10 prozent die sachen werden auch noch cool dann haben wir einen rüstungswert nehme ich an ja schon von über 1000 ohne schild und das ist aber nur die ebenerz das ist die org rüstung die ebenerz rüstung ist noch besser und dann gibt es ja noch eine rüstung mit diesen herzen wo waren wir da die sehe ich ja da auch schmiedekunst die rüstung ist ja noch besser ja die da itra rüstung genau drachen rüstung ist wieder weniger die hat nicht so viel rüstwert aber aus der kann man nämlich leichte und schwere rüstungen machen und dann vulkan glas das wäre auch interessant für unseren elfen weil der mark unbedingt leichte rüstungsstücke gut so und das gleiche gilt natürlich auch bei der rüstung die wir da haben für eben die wiederherstellungsrüstung das ist eben die ebenerz rüstung wiederherstellung und wiederherstellung einhand für die für nahkampf ja schauen wir mal nach dann haben wir da auf dieser seite aktive wiederherstellung viermal und markiere kann wir dreimal einhändig sogar auch dreimal und das können wir gleich mal nachschauen weil einhand könnten wir sogar viermal machen aber da müssten wir fast verzichten wir schauen auf die waffe die waffen haben jetzt ja 200 über 250 jedes mal ist ja schon fast unhaltbar okay so das war es eigentlich ja mit dem in between das ist geschehen also nicht gecheateten nicht irgendeinen patch rauf gehauen nein das war so wie das spiel das von uns verlangt hat und auch zugelassen hat wir sind ja noch nach noch gar nicht fertig es geht ja noch besser aber wie gesagt ihr müsst dann in den kommentaren schreiben ob ihr entweder Rüstungen haben wollt die nicht so cool sind damit wir ein wenig mehr aufpassen oder aber ob wir das den level erhöhen den schwierigkeitslevel weil mich hat ja wer gefragt auf welcher schwierigkeitsstufe spielen wir da da schauen wir gleich einmal nach gameplay komm her und wir sind hier bei der adept stufe beim adept und das ist in between mittendrin novice ist anfang lehrling adept dann kommt experte und meister ich habe einmal geschaut wie es da jetzt so läuft ich weiß nicht was sich da dann ändert aber ich hasse sterben und vielleicht schauen wir uns noch ein paar quest an und entscheiden uns dann aber ihr müsst das einfach reinschreiben wenn ihr mich sterben sehen wollt dann mache ich einfach die stufe höher oder ziehe einfach leichtere Rüstungen an ist das was ja wenn fragen auftauchen ich kann euch auch ein video dazu machen wie das jetzt wirklich geht so von angesicht zu angesicht auf video gebannt mit eben den alchemie labor und dem verzauberer und wie man eben levelt aber das ist eben extrem langwierig ihr wisst ja vier sitzungen da zwei stunden einfach nur leveln ja zerstörung und das ganze andere einhand eben mit den adronachen in einer kruft wo euch keiner stört da könnt ihr draufhauen und alles mögliche machen und ja aber schreibt mir einfach in den kommentaren wie ihr das spielen wollt ob ich jetzt auf halb einhand und halb zauberer weitermachen soll ob ich da jetzt den schwierigkeitsgrad anheben soll oder ja ich weiß ja auch nicht wir haben mittlerweile schon so viele zauber dass ich selbst schwierigkeiten habe ich werde mich dann einfach auf die nahe kampf und auf die zerstörungs zauber konzentrieren das habe ich mir so gedacht weil ich am anfang ja schon gesagt habe dass wir ein kampf magier werden ja und die kommt ja auch echt cool rüber so wir haben nur zwischendurch ein paar mal ausprobiert was es da alles gibt mit unsichtbarkeit und ja und feuermantel blitzmantel eismantel das ist halt immer ein problem wenn fiendal dabei ist weil der krepiert uns ich glaube der stirbt auch nur dann durch fremdlich feier und nicht durch durch die gegner weil die ja sind erschöpft kauern sich nieder und das war's dann auch aber wenn ich dann mit einem zerstörungs zauber komme der eben umgebungsschaden hat ja dann kann es passieren dass der adieu sagt für immer und das wollen wir auch nicht gut so leute in diesem sinne ich hoffe es war informativ ihr habt jetzt gesehen dass ich nicht cheater und bin schon gespannt was ihr da reinschreibt wenn es euch spaß gemacht hat und ja wenn ihr im laufenden bleiben wollt macht ein abo wenn ich dann sagt ihr nicht weiter ich habe jetzt die zeit schon total über plappert wie immer halt aber ich werde das einfach so hochladen weil ihr sollt ja auch informiert sein wie es da in dem spiel zugeht wünsche euch noch einen schönen abend feenthal zu sita und unsere huskarl da oben die eben hustet die huskarl hustet wir wünschen euch eine tolle nacht euer toso ciao